Der erste Schnee auf dem Feldberg Es hat 2,5 Grad und die ersten Schneefens sind auf den Berg gekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der erste Lift läuft. Eine Gondel ist lustig designt und freut sich blitzsauber auf die Gäste. Vom Haus der Natur aus blickt man über den großen Parkplatz auf den Skihau. Steifer Wind treibt weitere Schneewolken auf den Berg. Eine gute Skisaison wünsche ich allen Wintersportfans. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt frei, bunt klar. Sagt frei, bunt klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.